Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Wir haben wieder Spielzeug bekommen und zwar haben wir hier zwei Headsets von Enderfy und zwar das Viro Plus USB Onyx White und das normale Viro Plus USB. Die unterscheiden sich nicht großartig, außer in der Farbe. Hier ist natürlich das Headset schon mal mit dabei mit diesen Kunstlederohrmuscheln. Es gibt auch noch welche aus Stoff mit dabei, die sind bei jedem Headset mit dabei, was euch halt besser gefällt. Mir persönlich gefällt immer Kunstleder ganz gut, weil dann halt im Sommer, wenn man dann ein bisschen schwitzt, kann man das eben schnell abputzen. Bei den Stoffdingern, ja, das ist dann ein bisschen schwieriger, aber ihr habt ja sowieso die Wahl, von daher ist das egal. Warum heißen die Dinger USB? Die heißen USB, weil sie eine USB Soundkarte mit dabei haben. Die haben wir hier, da steckt ihr dann einfach die Klinkenstecker an, da kommen wir gleich noch zu. Damit wäre es zum Beispiel auch möglich, irgendwie 7.1 Sound zu imitieren auf dem Rechner, wenn ihr da jetzt irgendwie am Shooter zocken seid und ihr wollt irgendwie hören, ob von hinten ein Gegner kommt, da habt ihr 7.1. Ich benutze das immer ganz gerne. Es gibt Leute, die mögen es nicht, aber ich habe das ganz gerne mit dabei. Deswegen Software gibt es auch. Dann bekommen wir hier noch so eine Anleitung mit dabei, wobei das ist eigentlich keine richtige Anleitung. Das ist mehr so, weiß ich nicht. Das ist ein Zettel, da wird halt gezeigt, wie man es anschließt. Der Rest sind einfach Safety Instructions. Naja, hier sieht man aber schon, es gibt zwei verschiedene Kabel. Einmal 120 Zentimeter und einmal 270 Zentimeter. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum ist das so? Es ist einfach so, das Headset könnt ihr natürlich auch für die Konsole oder für Smartphone oder so benutzen, also alles, was ein Klinkenstecker hat. Und wenn ihr hier zum Beispiel nur das 120 Zentimeter Kabel nehmt, habt ihr nicht so viel rumgebaumelt da, wenn ihr da mit eurem Controller sitzt und da zum Beispiel das Headset anschließt. Das 270er ist dann eher so für den PC gedacht, steht ja auch hier. Am besten mit der USB-Soundkarte. Ihr könnt aber auch die ganz normalen Klinkenanschlüsse benutzen und die dann dementsprechend an euren Rechner anschließen. Das hier ist einfach nur so eine Dankesbriefkarte. Da steht drin, schön, dass du dich dafür entschieden hast, ein Headset von uns zu nehmen. Und kommen wir jetzt erstmal kurz zu dem Zubehör, bevor wir uns jetzt quasi das Headset anschauen. Wie man sieht, haben wir hier schon ein extra Mikrofon. Das wird dann hinterher einfach beim Headset hier vorne in diese Buchse eingesteckt. Wenn ihr das Mikrofon nicht benutzt, weil ihr irgendwie unterwegs seid oder im Flugzeug sitzt oder so, dann habt ihr hier so einen kleinen Abdeckstecker dabei. Also dann könnt ihr schön diesen Anschluss zumachen, dann sieht das nicht so lötig aus. Ansonsten das Mikrofon, das hören wir uns natürlich gleich noch an. Das hat auch einen integrierten Pop-Schutz, was schon mal ganz geil ist. Es gibt Headsets, die haben das nicht. Das ist das immer, wenn ihr im Discord sitzt oder im Teamspeak und dann dieses Rauschen hört, weil jemand in sein Mikro reinbläst. Das kann euch hier schon mal nicht passieren. Es sei denn, die Person übertreibt natürlich und meint, ins Mikrofon blasen zu müssen. Hier ist dann diese USB-Soundkarte, die hat einfach einen ganz normalen Klinkenanschluss hier. Oh, hier haben wir wieder Folie. Oh, herrlich. Ich freue mich schon auf das Headset. Ich habe gesehen, dass hier auch Folie drauf ist. Können wir gleich auch abziehen. Dann haben wir hier das lange Kabel. Das hat auch einen Lautstärkeregler und Mute-Button fürs Mikrofon. Das ist auch schon mal ganz nice. Haben die meisten Headsets aber. Schön, dass es mit dabei ist. Das gleiche gilt natürlich auch für das kürzere Kabel. Das hat auch einfach hier einen Lautstärkeregler und dementsprechend hier diesen Mute-Button. Dann habt ihr hier noch einen Splitter. Das braucht ihr unter anderem, wenn ihr jetzt, sage ich mal, ein älteres Mainboard habt, was keine Kombibuchse hat. Dann könnt ihr hier ganz normal über Kopfhörer und Mikrofon drangehen und das hier drüber splitten. Und jetzt kommen wir mal zu dem Headset. Also ich muss wirklich sagen, qualitativ für den Preispunkt, nur mal so, das kostet 50 Euro plus minus 2, 3 Euro vielleicht, je nachdem, ob ihr das weiß oder schwarze nehmt, ist es echt gut. Also hier ist alles aus Aluminium. Auch diese Abdeckplatte hier ist aus Aluminium. Wie gesagt, hier habt ihr Kunstleder. Hier oben auch. Und hier haben wir nochmal die schöne Folie. Ah, herrlich. Auf der anderen Seite auch noch. Ah, wunderbar. Was ich hier ganz interessant finde, was ich bisher bei keinem Headset irgendwie gemerkt habe, hier ist so ein Memory Foam drin. Das ist ein bisschen wie Knete. Das geht aber wieder zurück in seine Ursprungsposition, aber dadurch wirkt das natürlich sehr weich auf den Kopf und lässt sich auch sehr angenehm tragen. Was ich tatsächlich nicht so geil finde, wo ich es jetzt gerade sehe, sind diese Strippen hier. Ich denke, das könnte ein bisschen anfälliger sein. Wenn ihr das Headset mal öfters aufsetzt und wieder absetzt, kann es vielleicht passieren, dass ihr irgendwie mit dem Finger dran hängen bleibt oder so. Finde ich nicht so gut gelöst. Wäre besser, wenn es vielleicht innen gewesen wäre. Dann kommt man da nicht so leicht dran. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Kritikpunkt. Aber was ich wirklich sagen muss, qualitativ und optisch gefällt es mir wirklich gut. Gerade mit diesem Aluminium hier. Das wiegt um die 300 Gramm. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Es gibt natürlich auch leichtere Headsets, aber das ist wirklich gut. Gerade wenn man jetzt mal so in diesen kabellosen Markt reinschaut, die Headsets, die da noch einen Akku mit drin haben und dann noch Beleuchtung und Pipapo, die sind deutlich schwerer. Das hier geht wirklich klar. Wie gesagt, das ist ja auch kabelgebunden. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt mit dem Mikrofon. Das Mikrofon ist, wie gesagt, extra dabei. Das könnt ihr einfach hier dann einstecken, dreht so ein bisschen und steckt es dann rein. Das ist dann wirklich bombenfest. Also ihr könnt da wirklich das ganze Headset dran festhalten. Das ist überhaupt kein Thema. Und lässt sich natürlich auch verstellen, so wie ihr es braucht. Kennt ihr auch von anderen Headsets. Und ich würde mal sagen, ich mache damit jetzt einen Soundtest, weil die Mikrofonqualität interessiert euch ja immer so am meisten. So, und hier testen wir jetzt gerade mal die Soundqualität von dem Headset. Dann habt ihr jetzt hier unten, seht das ja so eine Single-Spur. Da sieht man auch, es ist das Endorfi Viro Plus Headset. Und jetzt hört ihr ungefähr die Tonqualität. Was man jetzt noch sagen kann, ist natürlich, dass die Soundqualität auch in Ordnung ist. Aber das ist immer sehr subjektiv. Also da müsst ihr wirklich selber schauen, ob euch das so gefällt, wie es ist. Ich fände es wirklich klasse. Also das hat jetzt keine dumpfen Töne oder so. Es ist auch nicht zu basslastig. Ein schön klarer Sound. Und ihr könnt halt über die Software, wenn ihr das möchtet, auch ganz einfach mit dem Equalizer euch das alles einstellen. Da ist ja wie gesagt eine Software bei. Das wird auch sofort erkannt. Ihr habt es eben in OBS auch gesehen. Einfach angeschlossen, dann lief es direkt. Also für mein Empfinden finde ich es wirklich gut. Es gibt natürlich Leute, die dann sagen, nein, sie brauchen mehr Bass, sie brauchen weniger Bass, sie brauchen mehr Höhen, weniger. Das müsst ihr aber wie gesagt für euch entscheiden. Mit dem Equalizer könnt ihr das dann umstellen. Und ich finde das echt gut. Tatsächlich, gerade für diesen Kostpunkt von um die 50 Euro ist das eine Top-Sache. Es gibt deutlich teurere Headsets, die natürlich dann auch nicht so eine gute Mikrofonqualität haben. Weil ich persönlich finde die Mikroqualität wirklich sehr gut. Gerade wenn man jetzt ein bisschen zocken will und so. Dafür reicht es dicke. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen Content Creator machen will oder auf Twitch streamen will, reicht es für den Anfang auch aus. Natürlich ist man dann irgendwann besser dran mit einem Studiomikrofon. Zum Beispiel mit dem Rode NT1-A oder so. Aber für ein Headset-Mikro ist das echt gut. Und gerade auch dieser Aspekt, dass man das Mikro abmachen kann, da kann man das auch mal mit nach draußen nehmen. Vielleicht beim Sport hören oder beim Radfahren oder was weiß ich, wenn ihr da im Flugzeug irgendwie unterwegs seid oder beim Autofahren, beifahrermäßig oder was. Ich finde das echt gut. Also gar keine Frage, finde ich ein gutes Headset, gerade für den Preispunkt. Sagen wir es mal so, wenn das jetzt ein Hunni gekostet hätte, hätte ich gesagt, das wäre zu teuer. Aber für einen Fuffi kann man da echt nicht meckern. Gerade mit dem ganzen Aluminium und so weiter. Hier, ihr seht es ja schimmern. Ich finde es echt top. Und wie gesagt, wenn ihr eins davon gewinnen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar in die Kommentare. Wäre nett, wenn das ein bisschen längerer Kommentar wäre und nicht einfach nur Hallo oder so. Ist klar. Und sagt mir auch gerne mal, was ihr von der Mikroqually gehalten habt und was ihr allgemein über dieses Headset denkt. Und ihr könnt euch dann, wie gesagt, aussuchen, ob ihr jetzt das Weiße haben wollt oder das Schwarze. Wie gesagt, bei dem Weißen könnt ihr euch einen kleinen Nest züchten zu Hause, weil meine DNA dran ist. Das Schwarze ist noch komplett unausgepackt. Ist euer Ding. Ich packe es euch auch gerne wieder ein. Und dann würde ich sagen, wäre es das auch schon wieder mit diesem Review. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Häumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.